So, das ist der weltberühmte Chacha Turm und Chacha ist die Bezeichnung für Schnaps hier und der Schnaps ist natürlich voll geil. Der hat fast 60 Prozent, den kann man auch so trinken, auch warm trinken sogar. Der wird schön auf Aprikosen oder auf Äpfeln oder auf Bienen gemacht und der hat diesen schönen Geschmack. Hier finden auch Verkostung statt, aber anscheinend, wenn ich komme, ist nichts, leider. Ich guck mal, ob ich da hochkomme. So, da haben wir Alphabetic-Tower noch. Das Hotel ist geil da hinten, da hast du ja einen riesenrand, so ein kleines, guck mal, da kannst du ja rumfahren. Ich weiß nicht, ob das sein muss, egal. Tja, und ich glaube, da dürfen wir nicht hoch. Schade, aber ist nicht so schlimm. Gut, wenn es jetzt so heiß ist, ich weiß, wie im Sommer hier sein wird, ich glaube, das wird eine Katastrophe. So, alles richtig, alles gut Texas Wade advertise.